Einen wunderschönen meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wegehoff, ich bin der Medi-Uruss, heute geht es um Erste Hilfe und wir haben schon wieder ein Problem. Und ich möchte euch heute so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was hier so passiert ist und was mich davon umtreibt. Grab a coffee, let's go! Kennt ihr den schon, meine Damen und Herren? Über starke Blutungen in den ganzen Quatsch habe ich mir manchmal immer wieder und gerne und lange und impfungsig ausgekäspert. Aber wisst ihr, was Todesursache Nummer 2 ist bei traumatischen Ereignissen aller Art? Die Unterkühlung. Und da haben wir jetzt gerade einen Fall gehabt, der mich wirklich umtreibt. Also, meine Damen und Herren, liebe Lieben, was war passiert? Es gab hier auf dem Hof einen Radunfall. Das ist erstmal nicht weiter spektakulär, die meisten von euch wissen es. Wir haben hier vor dreieinhalb Jahren einen Hof bezogen. Wir haben hier Pferde, wir haben nicht nur unsere Pferde. Und eine der Einstellerinnen ist hier auf dem Reitplatz, ist auf dem Pferd aufgestiegen, wollte sich warm reiten. Das Pferd hat sich erschrocken und ist durchgegangen und hat gebuckelt in dem Moment, wo sie eigentlich kontrolliert von diesem Pferd sich runtergleiten lassen wollte. Das hatte zufolge, dass 1,65 große Persönlichkeit aus Bummelig 2 Meter über 2 Meter Höhe mit Becken und Staatsbahn voran im Reitplatz eingekrabert ist. Dieser Reitplatz, das ist ein Sandreitplatz, den sehen wir jetzt hier kurz. Das ist auch alles weiter erstmal gar nicht wild. Wer jetzt glaubt, dass mit dem Sand der Sturz auf diesen Reitplatz wirklich weich ist? Nein. Dadurch, dass es hier relativ viel und lange geregnet hat und das Wasser abgelaufen ist, ist dieser Reitplatz im Grunde wie ein guter Kranplatz. Mehr oder weniger hoch verdichtet. So, es kam, was kommen musste. Meine Frau hat mich dazu gerufen. Ich habe das aus der Ferne schon gesehen, dass das Pferd mit mal ohne Reiter da irgendwie über den Reitplatz tobte. Und der Freund der Reiterin war dabei. Meine Frau lief hin. Und ich lief auch hin. Dieser Sand ist noch relativ nass. So, jetzt hat die gutste Reiterin, die Patientin, auf diesem nassen Sand gelegen. Er hatte saumäßige Schmerzen im Becken- und Rückenbereich. Wir haben einen Notruf abgesetzt. Der Leitstellendisponent hatte das dann auch gleich eingesehen, weil der hörte im Hintergrund schon, dass sie wirklich, wirklich, wirklich Schmerzen hatte. Und schickte die große Kavallerie los. Und da gibt es so ein paar Punkte, die mich wirklich umtreiben. Erst ein treffendes Rettungsmittel. Rettungswagen. Nach 20 Minuten. Alter Schwede. Andere Bevölkerungsgruppen begehen in 20 Minuten Viehzucht und Ackerbau. Es malen sich ja alle regelmäßig irgendwie die Alarmfristen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr auf die Fahne. Und ich denke, dass das so etwas ist, von dem wir uns langsam mal winkend verabschieden müssen. Das Problem ist, dass die Rettungsdienstkooperation Schleswig-Holstein ein echtes Personalproblem hat, ein richtiges Personalproblem und teilweise Fahrzeuge nicht besetzt kriegt, wozu es genau zu solchen Alarmfristen kommt. Und das geht gar nicht. Bis zu dem Punkt haben mich alle belächelt über meinen Griff in die linke Oberschenkeltäsche und es kam zum Vorschein eine Rettungsdecke. Denn wir haben hier immer noch relativ kühle Temperaturen. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Wir haben hier relativ viel Wind. Wir haben die letzten Tage auch wieder Sturm gehabt. Man gut, Sturm haben wir eigentlich fast durchgängig das letzte Vierteljahr, aber das ist eine andere Geschichte. So und das Problem war jetzt, dass unsere Patientin vom Boden her auskühlte. So, wenn du dir nicht sicher bist, ob die Strukturen dazu, also Wirbelsäule oder Becken gebrochen sind, jemanden auf so eine Rettungsdecke raufrollen bei derartigen Schmerzen, vergiss es. Den fährst du ehrlich gestanden nicht mal großartig an. Der wird es auch gar nicht zulassen, hat sie auch nicht. So und wenn ich gewusst hätte, dass das 20 Minuten dauert, dann hätte ich sie vom Reitplatz aufgesammelt, entsprechend verpackt, frankiert und abflug. Dadurch, dass ich das nicht wusste und dadurch, dass die verschiedenen Damen und Herren um mich rum, die dabei waren, nicht entsprechend eingewiesen und geschult waren und ich nicht wusste, dass das 20 Minuten dauert, haben wir darauf verzichtet. Und das wurde für die Persönlichkeit echt knapp. Der große Brüller und Witz an der Sache ist, dass wir zum entsprechenden Aufsammeln, Versandfertigen und Frankieren alles hier haben. Und genau deswegen werden wir die Leute, die regelmäßig hier auf dem Hof rumtouren, genau darin schulen. Als es da wäre. Komm mal mit. Wir haben hier ein entsprechendes Krankentragen-Fahrgestell, mit dem du auch auf den Reitplatz raufkommst. Denn mit der Strikertrage aus dem Rettungswagen wird das nichts. Vor allem nicht dermaßen weit, wie du es eigentlich hättest müssen, auf diesen Reitplatz rauf. Wir haben des Weiteren eine Schaufeltrage, wir haben eine Vakuummatratze. Und ja, wir haben auch ein so wundervolles Spineboard. Aber dieses Spineboard wäre in diesem Fall, sagen wir mal, Teilzeit optimal gewesen. Denn mit diesem Spineboard, mit diesem sogenannten Rückenbrett, da hätte sie exakt mit dem Körperteil auf dem Brett gelegen, massiv aufgelegen, wo eventuell der Strukturschaden gewesen wäre. Ist das dann also eine Option? Nein. Das, was mich ebenfalls umtreibt, ist, dass sie wahnsinnig schnell vom Boden her ausgekühlt ist. Und das Einzige, was dich vor diesem Auskühlen schützen kann, das ist der Abstand zwischen dem Boden und dem Patienten selbst. Und das kriegst du zum Beispiel durch so eine Vakuummatratze hin. So, wie kriegst du jetzt so eine Persönlichkeit von so einem Reitplatz aufgesammelt? Wenn du sie hast, wäre eine Schaufeltrage großartig. Die kriegst du auch in Gebraucht. Inzwischen über verschiedene Portale für einen relativ schmalen Kurs. Ähnlich sieht es mit so einer Vakuummatratze aus. Diese Vakuummatratze hat den Vorteil, dass wir den Patienten in Auffindepositionen, ohne ihn großartig bewegen zu müssen, tatsächlich auf diese Matratze kriegen. Da sind Kugeln, Kunststoffkugeln drin. Sondern saugst du die Luft aus dieser Matratze raus und packst diesen Patienten im Grunde wie in so einem Kokon ein. Dadurch ist er wirklich geschützt davor, dass sich da noch irgendwie irgendwas bewegen kann. Die kommen zum Einsatz bei Verdacht auf Beckenfraktur. Die kommen zum Einsatz bei größeren Knochenbrüchen, also Oberschenkelfraktur. Bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen und so weiter und so fort. Die kannst du aber auch, wenn der ganze Kram nicht anliegt, sehr, sehr gut nehmen, um eine Unterkühlung zu verhindern. Und das gilt auch für den Rettungsdienst. Diejenigen, die, was das angeht, wirklich federführend sind, das ist die Deutsche Rettungsflugwacht. Was machen die? Jeden Patienten, den die tatsächlich mit dem Schraubenhuber ins Krankenhaus verbringen, der kommt in eine Art Biwaksack. So, und dieser Biwaksack durch diesen Biwaksack und entsprechend andere Spiel- und Gangarten verbringen die Patienten, Traumapatienten, im Schnitt ein bis zwei Grad wärmer als der bodengebundene Rettungsdienst. Der Haken an der Sache ist, je kühler so ein Patient nach einem traumatischen Ereignis im Krankenhaus ankommt. Beispiel, Forstarbeiter sägt sich mit der Lieblingskettensäge ins Bein, weil er die falsche Schnittschutzhose anhat. Falsche Schnittschutzklasse. Durchtrennt sich den Unterschenkel, und zwar vorsichtshabergleich Schienen und Wadenbein. Entsaftet vor sich hin, wird von seinem Kollegen gerettet, der zum Glück Kraft an der guten Schulung und Ausrüstung ein Törniki dabei hat und eine Traumabandage, denn wir lassen diese Wunden definitiv nicht unbedeckt. Und im weiteren Verlauf wird der dann halt tatsächlich in so einen Rettungssack eingepackt. Nach Möglichkeit noch mit ein, zwei Wärmeelementen. Denn das ganz große Problem ist, dass mit dem Blutverlust und mit der niedrigen Temperatur Stoffwechselvorgänge im Körper nicht funktionieren. Mit mal funktioniert die Gerinnung nicht mehr, mit mal funktionieren andere Stoffwechselvorgänge nicht mehr, die wir aber lebenswichtig in unserem Körper brauchen. Und so kann es passieren, dass nach so einem Ereignis, was zwar doof, aber definitiv, wenn es schnell genug richtig behandelt wird, nicht tödlich sein muss, dass das bis zu einer Woche nach Ereignis immer noch passieren kann, dass der Patient auf Intensivstation verstirbt. Und zwar an den Folgen der Unterkühlung. Deswegen hat die Deutsche Rettungsflugwacht irgendwann mal gesagt, okay, folgende Lage, Traumapatienten kommen in Zukunft in diesen Rettungssack. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Rettungssack auf die Vakuummatratze kommt oder die Vakuummatratze in den Rettungssack. Es gibt da verschiedene Ansätze, verschiedene Systeme, die ich alle sehr, sehr gut finde. Das Ding ist, bei dieser Vakuummatratze ist es immer gang und gäbe, dass man da einen Laken reinpackt, noch ein Umbetttuch reinpackt. Und jetzt an die Rettungsdienstler da draußen, lass das. Und aus Gründen der Fairness erkläre ich euch auch jetzt, warum. Da wird dann ein Laken oder ein Umbetttuch reingepackt, um den Patienten tatsächlich einfacher umzulagern. Leute, wenn unser Patient tatsächlich so eine Vakuummatratze braucht, dann ist das Umlagern im Moment erstmal eines seiner allergeringsten Probleme. Das Ding ist, dass in dem Moment, wo ihr da irgendwas reinpackt, was vom Hersteller nicht dafür vorgesehen ist, dass ihr aus dieser Vakuummatratze eine Rutschbahn macht. Wir haben das im Krankenhaus ein paar Mal gehabt, dass ein Patient vor Umlagerung, genau wegen diesen Tüchern und so weiter und so fort, und einem riesen Klimm-Bim aus dieser Vakuummatratze rausgerutscht ist. Und das versuche mal einer Versicherung zu erklären. Also ich habe da Schwierigkeiten mit. Gerade wie gesagt, wenn vom Hersteller ist ein Medizinprodukt, wenn da was anderes vorgesehen ist, da wird der Patient nämlich quasi im Geburtstagskostümchen auf diese Vakuummatratze gepackt. Die wird anmodelliert, die Luft wird rausgesaugt, fertig ist der Lack. So, wenn der Patient da jetzt anfängt zu schwitzen auf dieser Unterlage, dann hat er kein Temperatur- bzw. kein Unterkühlungsproblem. Wenn er anfängt auszukühlen, dann wird er entsprechend warm eingedreht. That's it. Oder dieser Rettungssack, wovon ich nach wie vor nicht der Fan bin. Mit dem, was wir jetzt hier auf der Farm weiter veranstalten, mit der Schulung unserer Leute, damit bin ich noch nicht wirklich fertig. Da bin ich noch nicht so ganz durch, da gehe ich echt noch schwanger. Aber das, was wir hier hatten und eine Patientin nach Reitunfall in Temperatur und Haptik eines angetauten Fischstäbchens im Rettungsdienst übergeben, das passiert mir hier ganz sicher nicht nochmal. Okay? Die Rettungsdienstleiter da draußen, wie sind eure Erfahrungen dazu? Die Krankenpflege, Damen und Herren, die Damen und Herren aus der Notaufnahme. Haut's raus. Was sind eure Erfahrungen? Haut's unten in die Kommentare. Ich möchte's wissen. Und ich möchte's wirklich wissen. Kenners, passt auf euch auf. Denk dran, wir müssen uns von diesen Gezeter über die Alarmfristen vom Rettungsdienst davon müssen und zu abschieden. So viel Notfallsanitäter und Rettungsdienstpersonal hat dieses Land nicht. Und die wachsen witzigerweise auch nicht auf Bäumen. Und die, die im Moment noch da sind, die werden im Moment ganz schön verheizt. Das ist nicht witzig. Okay? Meine Damen und Herren, mir war's ein inneres Blümchenschlucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.